Davor wurde eigentlich mal entwickelt und gut gesagt, Werbeflotte zwischen guten Bildern zu stecken. Die amerikanische Hausfrau wurde abgelehnt von hoch emotionalen Geschichten, den Grundentwicklung nach mehr Fritzmittel zu kaufen. So, sei es eben. Freizeit kann man zwar sagen, dass die Loppe noch wie vor gern zu einer Hausfrau-freundlichen Zeit läuft, aber Werbeträger ist die Schöne-Machen-Missionär. Der Erfolg der Serien kommt durch den tollen Schauschüler. Welche Damen und Beute, die Sieger der Herzen gefolgen sind, schauen wir uns jetzt an. Hier sind die drei in der Runde. Die Schöne-Machen-Missionär. Die Schöne-Machen-Missionär.